Hänsel und Gretel von Ludwig Bechstein Es war einmal ein alter Holzhauer, der lebte mit seiner Frau und zwei Kindern in einer dürftigen Waldhütte. Die Kinder hießen Hänsel und Gretel, und wie sie so heranwuchsen, gebrach es immer mehr den armen Leuten an Brot. Auch wurde die Zeit immer schwerer und alle Nahrung teurer. Das machte den beiden Eltern große Sorge. Eines Abends, als sie ihr hartes Lager aufgesucht hatten, seufzte der Mann, »Ach, Frau, wie wollen wir nur die Kinder durchbringen, da der Winter herankommt und wir für uns selbst nichts haben?« Da erwiderte die Mutter, »keinen anderen Rat weiß ich, als daß du sie in den Wald führst, je eher, je lieber. Gibst jedem noch ein Stücklein Brot, machst ihnen ein Feuer an, befiehlst sie dem lieben Gott und gehst hinweg.« »Du lieber Gott, wie soll ich das vollbringen an meinen eigenen Kindern, Frau«, sagte der Holzhauer bekümmert. »Nun wohl, so laß sie bleiben«, fuhr die Frau Böse heraus, »so kannst du eine Totenlade für uns alle vier Zimmern und die Kinder Hungers sterben sehen.« Die zwei Kinder, welche der Hunger in ihrem Moosbettchen noch wach erhielt, hörten mit an, wie die Mutter und der Vater miteinander sprachen, und das Schwesterlein begann zu weinen. Hänsel aber tröstete es und sprach, »Meine nicht, Gretel, ich helfe uns schon«, wartete, bis die Alten schliefen, wich aus der Hütte, suchte im Mondschein weiße Steinchen, verbarg sie wohl und schlich wieder herein, worauf er und das Schwesterlein bald entschlummerten. Am Morgen geschah nun, was die Eltern vorher besprochen. Die Mutter reichte jedem Kind ein Stück Brot und sagte, »Das ist für heute alles, haltet's zu Rate.« Gretel trug das Brot, Hänsel trug heimlich seine Steinchen, der Vater hatte seine Holzaxt im Arm, die Mutter schloss das Haus zu und folgte mit einem Wasserkruge nach. Hänsel machte sich hinter die Mutter, so daß er der Letzte war auf dem Wege, guckte oft zurück nach dem Häuschen, und wie er es nicht sah, ließ er gleich ein weißes Steinchen fallen, und nach ein paar Schritten wieder eins, und immer so fort. Nun waren alle mitten in dem tiefen Wald, und da machte der Vater ein Feuer an, wozu die Kinder des Reisigs viel herbeitrugen, und die Mutter sagte zu den Kindern, »Ihr seid wohl müde, legt euch an das Feuer und schlaft, indes wir Holz fällen. Nachher kommen wir wieder und holen euch ab.« Die Kinder schlummerten ein wenig, und als sie erwachten, stand die Sonne hoch im Mittag, das Feuer war abgebrannt, und da Hänsel und Gretel Hunger hatten, verzehrten sie ihr Stücklein Brot. Wer nicht kam, das waren die Eltern, und nachher sind die Kinder wieder eingeschlafen, bis es dunkel wurde. Da waren sie noch immer allein, und Gretel fing an zu weinen und sich zu fürchten. Hänsel tröstete sie aber und sagte, »Fürchte dich nicht, Schwester, der liebe Gott ist ja bei uns, und bald geht der Mond auf, da gehen wir heim.« Und wirklich ging bald darauf der Mond in voller Pracht auf und leuchtete den Kindern auf den Heimweg und beglänzte die silberweißen Kieselsteine. Hänsel faßte Gretel bei der Hand, und so gingen die Kinder miteinander fort, ohne Furcht und ohne Unfall, und wie der frühe Morgen graute, da sahen sie des Vaters Dach durch die Büsche schimmern, kamen an das Waldhäuslein und klopften an. Wie die Mutter die Tür öffnete, erschrak sie ordentlich, als sie die Kinder sah, wußte nicht, ob sie schelten oder sich freuen sollte. Der Vater aber freute sich, und so wurden die beiden Kinder wieder mit Gott willkommen in das Häuslein eingelassen. Es währte aber nicht lange, so wurde die Sorge aufs Neue laut, und jenes Gespräch und der Beschluss, die Kinder in den Wald zu führen und sie dort allein und in des Himmels Fürsorge zu lassen, wiederholten sich. Wieder hörten die Kinder das traurige Gespräch mit an, bekümmerten Herzens, und der kluge Hänsel machte sich vom Lager auf, wollte wieder blanke Steine suchen, aber da war die Tür des Waldhäusleins fest verschlossen, denn die Mutter hatte es gemerkt und darum die Türe zugemacht. Doch tröstete Hänsel abermals das weinende Schwesterlein und sagte, »Meine nicht, liebe Gretel, der liebe Gott weiß alle Wege, wird uns schon den Rechten führen.« Am anderen Morgen in der Frühe mußten alle aufstehen, wieder in den Wald wandern, und da empfingen die Kinder wieder Brot, noch kleinere Stücklein wie zuvor, und der Weg ging noch tiefer in den Wald hinein. Hänselin aber zerbröckelte heimlich sein Brot in der Tasche und streute statt jener Steine Krümlein auf den Weg, meinte, danach sich mit dem Schwesterchen wohl zurückzufinden. Und nun geschah alles wie zuvor auch. Ein großes Feuer wurde entzündet, und die Kinder mußten wieder schlafen, und wie sie aufwachten, waren sie allein, und die Eltern kamen nimmer wieder. Und der Mittag kam, und Gretel teilte ihr Stückchen Brot mit Hänsel, weil der seines zerstreut in lauter Bröslein auf dem Weg, und dann schliefen sie wieder ein und erwachten abends verlassen und einsam. Gretel weinte. Hänsel aber war Gott getrost, meinte, den Weg durch die Brotbröselein wohl zu finden, wartete, bis der Mond aufgegangen war, nahm dann die Gretel bei der Hand und sprach zu ihr, »Komm, Schwester, nun gehen wir heim.« Aber wie Hänsel die Krümlein suchte, war ihres keines mehr da, denn die Waldvögelein hatten alle, alle aufgepickt, und sie sich wohl schmecken lassen. Da wanderten die Kinder die ganze Nacht durch den Wald, kamen bald vom Wege ab, verirrten sich, und waren sehr traurig. Endlich schliefen sie ein im weichen Moos, und erwachten hungrig wie der Morgenkraute, denn sie hatten keinen Bissen Brot mehr, und mußten ihren Durst und Hunger nur mit den schönen Waldbären stillen, die da und dort standen. Und wie sie so im Walde herumirrten, ohne Weg und Steg zu finden, siehe, da kam ein schneeweißes Vögelein geflogen. Das flog immer vor ihnen her, als wenn es den Kindern den Weg zeigen wollte, und sie gingen dem Vögelein fröhlich nach. Mit einem Male sahen sie ein kleines Häuschen, auf dessen Dach das Vöglein flog. Es pickte darauf, und wie die Kinder ganz nahe heran waren, konnten sie sich nicht genug freuen und wundern, denn das Häuschen bestand aus Brot, davon waren die Wände, das Dach war mit Eierkuchen gedeckt, und die Fenster waren von durchsichtigen Kandiszuckertafeln. Das war den Kindern recht. Sie aßen vom Häuslerndach und von einer zerbrochenen Fensterscheibe. Da ließ sich plötzlich drinnen eine Stimme vernehmen. Die rief, »Knusper, Knusper, Kneischchen, wer knuspert mir am Häuschen?« Darauf antworteten die Kinder, »Der Wind, der Wind, das himmlische Kind!« und aßen weiter, denn sie waren sehr hungrig gewesen und schmeckte ihnen ganz vortrefflich. Da ging die Tür des Häusleins auf und trat ein steinaltes, krummgebücktes, triefäugiges Mütterlein heraus von nicht geringer Häßlichkeit, Gesicht und Stirne voll Runzeln und inmitten eine große, große Nase. Hatte auch grasgrüne Augen. Die Kinder erschraken nicht wenig, die Alte aber tat ganz freundlich und sagte, »Ei, traute Kindlein, kommt doch herein ins Häuschen, kommt doch herein, da gibt's noch viel bessern Kuchen.« Die Kinder folgten der Alten gern und drinnen trug die Alte auch auf, daß es eine Lust war. Da gab es »Herz, was magst du!« Biskuit und Marzipan, Zucker und Milch, Äpfel und Nüsse und köstlichen Kuchen. Und während die Kinder immerfort aßen und fröhlich waren, richtete die Alte zwei Bettchen von den feinsten Dunenkissen und lilienweißen Linnen. Da hinein brachte sie die Kinder zur Ruhe. Die meinten, im Himmel zu sein, beteten einen frommen Abendsegen und entschliefen alsbald. Es hat aber mit der Alten ein gar schlimmes Bewenden. Sie war eine böse und garstige Hexe, welche die Kinder fraß, die sie durch ihr Brot- und Kuchenhäuslein anlockte, nachdem sie sie recht fett gefüttert. Dies hatte sie auch mit Hänsel und Gretel im Sinne. In aller Frühe stand die Alte schon vor dem Bette der noch süß schlafenden Kinder, freute sich über ihren Fang, riß Hänsel aus dem Bette, trug ihn nach dem eng vergitterten Gänsestall, stopfte ihm auch, damit er nicht schreie, den Mund. Dann weckte sie die arme Gretel mit Heftigkeit und schrie sie mit rauer Stimme an. »Steh auf, faule Dirn! Dein Bruder steckt im Stall. Wir müssen ihm ein gutes Essen kochen, daß er fett wird und für mich einen guten Braten gibt!« Da erschrak die Gretel zum Tode, weinte und schrie, half aber nichts. Sie mußte gehorchen und aufstehen, Essen kochen helfen, durfte es selbst nach dem Stalle tragen und mit ihrem eingesperrten Bruder weinen. Sie selbst ward von der Hexe gar gering gehalten. Es dauerte so seine Zeit, während welcher die Alte öfters nach dem Stalle schlich und Hänsel befahl, einen Finger durch das Gitter zu stecken, damit sie fühle, ob er fett werde. Hänsel steckte aber immer ein dürres Knöchelchen heraus, und sie wunderte sich, daß der Junge trotz dem guten Essen so mager blieb. Endlich war sie das Müde und sprach zu Gretel, »Kurz und gut, heute wird er gebraten!« und machte ein mächtiges Feuer in dem Backofen, der neben dem Häuschen stand. Da schob sie hernach Brot hinein, damit sie Frischgebackenes zum Braten habe. Das Gretel wußte seines Herzens keinen Rat, und endlich hieß ihm die alte Hexe, sich auf die Schiebeschaufel zu setzen und in den Backofen zu luken. Die Alte wollte sie nur ein bisschen in den Ofen schieben, damit die Gretel sehe, ob das Brot braun sei. Eigentlich aber wollte sie das arme Mäkdlein gleich zuerst darin braten. Da kam aber das schneeweiße Vögelein geflogen und sang, »Hüt dich, hüt dich, sieht dich für!« Und da gingen der Gretel die Augen auf, daß sie der bösen alten List durchschaute und sagte, »Zeiget mir's zuvor, wie ich's machen muß, dann will ich's tun.« Gleich setzte sich die Alte auf das Ofenbrett, und die Gretel schob am Stiel und schob sie so weit in den Backofen, als der Stiel lang war. Und dann, klapp, schlug sie das eiserne Türlein vor dem Ofen zu, schob den Riegel vor, und da der Ofen noch erstaunlich heiß war, mußte die Alte Hexe darin brickeln und braten und elendiglich umkommen, zum Lohn für ihre Übeltaten. Gretel aber lief zum Hänsel, lief den aus dem Gänsestall, und der kam heraus und fiel vor Freude dem treuen Schwesterchen um den Hals, küßten sich und weinten vor Freude und dankten Gott. Da war das weiße Vögelein wieder da, und auch viele, viele andere Waldvögelein, die flogen auf das Kuchendach des Häusleins, darauf war ein Nest, und daraus nahm jedes Vögelein ein buntes Steinchen oder eine Perle und trugen sie hin zu den Kindern, und Gretel hielt sein Schürzchen auf, dass es alle die vielen Steinchen fasse. Das schneeweiße Vögelein sang, Perlen und Edelstein für die Brotbröselein. Da merkten die Kinder, dass die Vögelein dankbar dafür waren, dass Hänsel Brotgrumen auf den Weg gestreut hatte, und nun flog das weiße Vögelein wieder vor ihnen her, dass es ihnen den Weg aus dem Wald zeigte. Bald kamen sie an ein mächtiges Wasser. Da standen sie ratlos und konnten nicht weiter und nicht darüber. Plötzlich aber kam ein großer schöner Schwan geschwommen. Dem riefen die Kinder zu, »O schöner Schwan, sei unser Kahn!« Und der Schwan neigte seinen Kopf und ruderte zum Ufer und trug die Kinder eines nach dem anderen hinüber ans andere Ufer. Das weiße Vögelein aber war schon hinübergeflattert und flog immer vor den Kindern her, bis sie endlich aus dem Walde kamen und wieder an der Eltern kleines Haus. Der alte Holzhauer und seine Frau saßen traurig und still in dem engen Stüblein und hatten großen Kummer um die Kinder, bereuten auch vieltausendmal, dass sie dieselben fortgelassen und seufzten, »Ach, wenn doch der Hänsel und die Gretel nur noch ein aller einziges Mal wiederkämen! Ach, da wollten wir sie nimmermehr wieder allein in dem Walde lassen!« Da ging gerade die Türe auf, ohne dass erst angeklopft worden wäre, und Hänsel und Gretel traten leibhaftig herein. Das war eine Freude! Und als nun vollends erst die kostbaren Perlen und Edelsteine zum Vorschein kamen, welche die Kinder mitgebracht, da war Freude in allen Ecken und alle Not und Sorge hatte fortan ein Ende. Ende von Hänsel und Gretel Gelesen von Hokus Pokus Gelesen von Hänsel und Gretel